Doch wie die ganze Nachtbegebenheit und ihrer aller Sinn zugleich verwandelt, bezeugen mehr als Spiel der Einbildung. Es wird daraus ein ganzes Vollbestand, doch seltsam immer noch. Ja, wunderbar. Was haben wir für Zeit zum Spiel? Wo ist der Recht von unserer Lustbarkeit? Da! Ist kein Schauspiel da? Um einer langen Stunde Qual zu lindern. Herr Zentner hier besagt, ich habe die Spiele, wähle eure Hochheit, was sie sehen will. Ein kurz, langweiliger Akt vom jungen Pyramus und Tispe seinem Lieb. Spaßhafte Tragödie. Kurz und langweilig, spaßhaft und doch tragisch. Das ist ja glühend Eis und siegender Schnee. Wer sind die Spieler? Männer haben von Faust, die Nathen hier ein Gewerbe treiben, die nie den Geist zu ab und noch geübt und nun ihr widerspenstiges Gedächtnis mit diesem Stück auf eure Fest geplagt. Wir wollen es sehen. Nein, mein Fürst. Es ist kein Stück für euch dumm Zeug, dass ihr sich mühsam eingequält, euch damit aufzuwarten. Ich will es sehen. Ihr Liebenden, geht mit. Und auch. Demetrius. Demetrius. Ja, der. Beliebt es euer Hochheit, der Prolog ist fertig. Lass ihn kommen.